Hallo Sabbels, ich bin's hier, eure Sabrina und wir haben Montag, den 23.10.2017. Dies ist eine kleine Ankündigung, dass wir heute Abend um 19 Uhr Star Stable Online auf Server 3, Chocolate Mountain, streamen. Wir streamen auf Twitch.tv, den Link zu meinem Kanal findet ihr in der Infobox. Wir treffen uns in Moorland um 19 Uhr bei Josh. Bitte seid Star Rider, damit wir auch in die anderen Gebiete können. Falls ihr Non-Star Rider seid, könnt ihr in Moorland und Fort Pinter mitreiten. Ihr solltet auch in die Gebiete auf Südhof können, Südhof und auch nach Epona. So, dann meine Sabbels, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr Server 3 bei Josh. Nicht vergessen. Bis dann.